Kann das gehen? Ja, ich auch. Ich wollte gerade zusammen rufen. Komm hinter der Tür! Tür! Zu! Lachen! Kannst du mal! Gut! Ich werde dann hier rankommen, Mama! Dann machst du ein großes Licht aus! Ist doch alles hell! So cool! Der Sitz hat das Schild da oben! Ich weiß aber schon, wo deine ganzen Bücher sind, die da waren. Genau, wo? Ah! Sind da drin! Hier staubt es drunter! Ich habe jetzt noch nicht geworfen! Ich kann nicht! Das heißt, ein Schuss, damit du nicht guckst! Nein! Sandfrei! Das war das eigentliche! Schau mal und schreibst du das jetzt ein bisschen mehr dran! Schau mal! Drauf! Stifte! Oh, ob ich Platz auf dem Schreibtisch war! Ja! Ja! Ich denke gerade, das ist auf der Schrankwand ist auch weg! Und guck mal an der Schrankwand! Das ist der einfach und ich, sonst sind nach unten verschwunden! Ja! Ja! Drück mal deinen Bruder! Na, wir haben doch noch die Dankesorgen! Als Kumpel Robbels! Danke! Hallo! Bitte! Fast sechs Stunden! Genau! Sechs Stunden! Sechs Stunden! Sechs Stunden! Sechs Stunden! Jetzt guck hier so!